Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuesten Dummdödl-Challenge. Ihr habt richtig gehört, das gibt mal wieder eine Dummdödl-Challenge. Wenn ich verliere, muss ich eine Strafe durchziehen können, du Pisser. Hey, heute ist übrigens wieder Livestream. Kommt in den Livestream ab 19.30 Uhr geht's los. Es gibt wieder ein Knäff für euch, ein leckeres Knife. Ah! Oh yeah. Und die aktuelle Bestrafung, ach nee, oder Monsieur, ist folgende. Ich muss im VR-Chat komplett die ganze Zeit eine Frau mimen. Also ungefähr so sprechen und die ganze Zeit total weiblich sein. Ich werde an meiner Frauenstimme noch arbeiten müssen, denn es wirkt so, als müsste ich gleich... Oh, doch nicht. Als müsste ich verlieren. Ha! Komm her, Bitch. Alter, wie ich gerade abgeht? Total krass. Oh, schüssel mal, Wizzle. Ach nee, er hat auch eine Auge. What the fuck, dude? Ich geh jetzt einfach rüber zu deiner Bank, ganz so. Hallo? Oh, shit. Oh, shit, der hat brutal... Nein. Gefressen. Leute, ich bin irgendwie hinten. Schnell. Ah! Oh, ich krieg ihn doch geklaut. Ich steh direkt vor ihm und krieg ihn geklaut. Das sind einfach diese Drecksack-Momente. Ach Gott, ich bin bei uns. Das sind einfach diese Drecksack-Momente, wo du das Zeug geklaut bekommst. Nein, komm her. Oh Gott, ich steh auf der AK, das ist doch unglaublich. So, der ist weg, alles klar. So, mein Freund, da... Oh, schon wieder geklaut bekommen. Ja, gut, ich versteh schon. Oh, shit. Machen wir halt nicht Nachrichten, Batz. Oh, easy kill. Wuhu. Mit der Pump, Alter, mit der Pump. Und ich nenne diese Challenge die Girly Challenge. Oder die Frauen Challenge. Und ich hab die Girly Challenge, weil ich dann zu einem Anime Girl werde. Achtung. Was? Ich hab ihm doch voll in die Fresse geschossen. Du laberst doch gerade deine Mutter voll. Aha. Oh, guten Morgen. Na, ich hasse es. Warum geh ich nachladend in so eine Situation? Na. Ja. Pump, echt schneller. Ich werd langsam besser mit der Pumpe. Verstehst du mich? Oh, hallo. Wenn ich bei der Pump nicht so aufgehalten werde, könnte ich es noch schaffen. Der eine ist zwei Runden vor mir. Der ist da um die Ecke. Achtung. Jawollo. Jawollo. Scheißo. Oh, shit. What the? Na. Fuck. Ja. Ich hab den einen aber noch eingesackt. Jetzt ist nur noch eins vor mir. So, Monsieur. Boom. Boom. Und jetzt hab ich dich gleich, du Drecksack. Er holt mich damit. Oh, mein Gott. Kann jetzt bitte mal ein Feind kommen. Dankeschön. Okay, da ist keiner. Ja, nice, nice. Noch einer closed. Oh. Ja. Komm schon. I don't wanna lose this shit. Ah. Depp. Und dann Headshot, dann Headshot. Ja. Ich bin erst stahl. Da wolltest du von mir irgendwas. Oh, fuck. Oh, fuck. Er ist im Wasser. Komm. Wer macht denn sowas? No, 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 no. Ha. Leute, jetzt rollts. Jetzt rollts. Es rollt, meine Damen und Herren. Oder auch nicht. Hallo? Feinde? Bitte? Einer? Ja. Okay. Jawohl. Da ist er weg. Ich bin zwar im Vorsprung. La, 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 la. Pisser. Oh, Headshot. Wo gehst du hin? Oh, Mist. Der hat mich aufgeholt. Nein, 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 nein. Das wird eh nochmal ein Krampf mit dem Knife. Hör auf mich anzuschießen, Mann. Ja. Oh, oh. Leute, da unten ist ein Gegner. Naja. Ich hab das Knifte, Alter. Ich hab das Knifte. Aber irgendwie bin ich hier an der falschen Stelle für das Knife, glaube ich. Oh, scheiße. Oh, fuck. Alles klar, ich bin low. Das ist schon mal richtig kacke. Nein! Du kleiner Bastard. Nein! What the fuck? Okay, Achtung, verzweifelt der Versuch. Nein! Ihr Wichsbeutel! Ach, kommt schon. Oh, mein Gott! Wie kann man da so verfickt lucky sein? Ich glaub, ich hab schon verloren. Ich weiß nicht, ob ich jemals so verfickt an lucky war, wie gerade eben. Wie viele Knife-Kills wären das eigentlich gewesen? Drei? Naja. Im nächsten VR-Chat bin ich dann halt ne Frau. Jungs, halt auf, okay? Das ist nicht lustig. Vielen Dank, was du mir unterdenkst. Und danach. Bis zum nächsten Mal.